Musik Mit der Nummer 17 Manasseh Echele, mit der Nummer 18 Vito Bluth, mit der Nummer 22 Patrick Huckele, mit der Nummer 23 Nico Segert Applaus Vielen Dank. 44. Minute, 1 zu 0 für unseren Gast. Torschotze Mitte Nummer 8, Andreas Pollosch. Und da ist der Ausgleich für DSG Torschotze Mitte Nummer 8, B.B. Benni Bögl. Halbzeitstand zwischen DSG Bornheim Grün-Weiß und dem FSV Frankfurt 1 zu 1. Zeit für lecker Wurst und lecker Kuchen. Ja, Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.